Zauberte, ja, verzauberte Eisensachen, genau, ja, richtig. Ihr Mann, Sachen muss man ja nicht mitnehmen. Ey, kann sein, dass ich hier gespawnt bin, als ich... Ach, egal. Ich grabe mich denn jetzt einfach hier wieder runter. Aber hier sind hier so riesige Schluchten, Alter, das geht gar nicht. Ja, die Höhle geht le... Ey, warte mal. Hast du nicht gesagt, dass hier die Höhle voller Lava und so ist? Ne, das ist eine andere wieder. Oh, soll ich dann vielleicht aus der Höhle rausgehen, weil sonst muss ich mich runtergraben? Ey, guck mal, da bist du alle Wege gegangen. Wahrscheinlich hast du wie bei einem Let's Play dir einen Weg verplant, irgendwie. Warte mal ganz kurz. Ich laufe mal wieder hier lang, also... Soll ich Geld abbauen? Ja, irgendwie goldenen Äpfel kann man ja immerhin irgendwie vielleicht gebrauchen. So, warte mal. Hier bin ich lang. Ich baue keine Kohle mehr ab. Na doch. Soll ich eine Kohle abbauen? Also hier ist... In dieser Höhle ist kein tiefer gehender Weg mit Lava. Also nicht bei der Fackel, wo du das gesagt hast. Der muss da ganz runtergehen und dann links oder keine Ahnung. Ja, es geht runter, aber es geht nicht sehr viel weiter runter. Also, da geht es nicht mehr zu Lava hin. Da fahr' mal Lava. Ist es sicher, dass es die andere Höhle ist? Relativ. Ich bin wahrscheinlich dumm, aber... Weil wie viel Stecks Eisenberg aufhören zu fahren? Keine Ahnung. Ein Steck? Ich habe jetzt schon 46. Stein, bitte. Ich habe Stein noch in die Kiste getan. Aber ich habe schon alles verbaut. Echt? Ja, klar. Mehr habe ich hier nicht ohne Spaß. Geht weg. Ja, ich habe ihn gerade. Aber wäre nicht recht, wenn ihr auch mal ein bisschen noch so... Mal immer Stein abbaute oder so. Soll ich mich jetzt nicht um dieses Eisen kümmern? Doch, mach. Soll ich ja Stein abbauen? Nein, mach. Eisen, es geht vor jetzt erstmal. Aber wir müssen halt gucken, dass wir auch fertig werden. Äh, ich... Warte mal, ist das ihre Basis? Das ist ihre Basis! Die haben sich... Die haben so eine Treppe hochgebaut. Aha. Bist du die? Wo bist du denn? Interessant, also... Und an der Glaswand? Bist du von an der Glaswand? Ja, die haben sich relativ hoch gebaut. Ich kann sie von hier erkennen. Spinne, du stirbst. Ja, dann bleiben wir erstmal in unserer Base. Wir campen jetzt erstmal ein bisschen. Also, wir greifen nicht direkt an, wenn die echt wirklich ganz weit oben sind. Also, ich glaube, das ist einfach so orientiert. Stimmt, die haben nur einen Aufgang. Dadurch, dass sie halt, äh... Dadurch, dass... Die haben halt was Künstliches gebaut. Die haben sowas wie eine Treppe in den Himmel gebaut. Ja, haben wir eigentlich gesagt, wollten wir nicht. Vielleicht gehen wir nochmal... Ja, also... Ja, ich weiß... Oh, nein! Ist wirklich gut! Schreibt da vielleicht mal irgendwie keine Höhenfestung oder... Äh, keine... Oh, scheiße! Wenn man sich alles abreißen sollt. Nee, das ist jetzt nicht... Ja... Oh, super! Ist ja egal, was ich meine. Kann sein, dass es vielleicht irgendwie... Irgendwie ist Kabel... ...und schwieriger zu fahren als... ...verbauen. Ja, vor allem ist es schwieriger, eine Höhle zu finden, wenn man die kennen sieht. Ah, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Reicht Level 1, oder wollen wir die Höhle verzaubern? Hm, auf Level 1, ich hoffe, ich bin Level 8. Nein, reicht, äh, Level 1 Verzauberung, weil sonst müssen wir noch überecht alle machen, unser Zeug. Ja, ich hab ein paar Dinge, das ist gepflanzt extra. Ach, ein Glück, dass ich wasser einfach mitgenommen habe, um hier so eine Schlucht runterzukommen. Bist du auch bei dieser Schluchte? Über einer Schlucht, aber dies ist nicht erleuchtet gewesen, also deswegen. Nee, da geht ja leuchtet, aber ich bin einfach eine Höhle, ich will gehen mal in Höhlen und platziert, keine Fackeln. Das ist so, alles klar. Nee, ich, ich fahre mit sie ein bisschen. Ja, wenn du irgendwo dann oben oder Fackeln, aber was ich finde, solltest. Fahr, einfach, es schädte egal, wo wir sind, hauptsächlich, wir fahren halt. Geh auch in alle Höhlen rein und so weiter. Habt ihr eigentlich jetzt schon obsidieren? Nee, aber hier ist nicht relativ viel Lava. Ja, mach doch mal obsidieren. Ja, ich hab noch kein Lava gefunden, weil das... Ja, aber ich hab nicht auf jeden Fall in der Mannschaft mit Zaka. Ja, so, hä? Achso. Voll die Probleme hier bei uns. Ja, dann kannst du Lava bringen, vielleicht? Ja, kann auch mal, ich glaub, ich hab hier was gefunden, so what the fuck. Alter, ich hab gedacht, ich wär mir in die Lava gefallen. Schon ein Schock des Lebens. Ich entscheide mich doch für den sicheren Weg und baue mich lieber außenrum, bevor ich ein Risiko eingehe, weil ich hab doch relativ... Also in den Höhlen sind hier keine, fucken, das kann ich hier versichern, Dovercreeper. Okay, ich geh jetzt einfach mal relativ straight runter, weil ich bin nicht an dem Eisen hier interessiert, sondern eher an dem, was... Da sehe ich, da ist wahrscheinlich Lava. Ja, da ist Lava, aber das ist kein Lavasee. Aber da sehe ich Lavaseen. Kattet mir wieder left the game, doll. Ja, vielleicht sind Minecrafts abgekackt. Oha, da sieht's ungünstig aus, da will ich nicht runterfallen. Aber die Skelette werden ich mir wahrscheinlich nicht so einfach machen. Ah, ein Skelett, hallo. Ich töte auch die ganze Skelette, weil unter Umständen droppt das noch einen Bogen oder halt die Pfeile, die wir sowieso brauchen. Ach, und ich hab mir übrigens Gedanken zu dieser Konstruktion gemacht. Nicht, dass jetzt eine Gedenk, ich baue hier einfach drauf los. Meinst du, wie immer, ja? Du meinst, du baust nicht so drauf los, so wie immer? Ach so, ja, ja, zum Beispiel. Die Leute wissen ja nicht, wie ich baue. Doch. Ach, in etwa. Echt? Weißt du, wie ich baue? Nein. Bin schlecht eigentlich. Wow, da ist Lava, ich hab Angst. Mami. Danke, Daunser. Alter, die, die, die Lava macht mich ein bisschen nervös, wenn ich, dass, wenn ich ehrlich ehrlich bin. Das ist und echt, echt nervig, wenn es die ganze Zeit regnet. Okay, Redstone. Ja, ich hab auch noch mal, weil, wo ich bin auf dem Läden. Jetzt will ich einen Wassereimer haben. Bin Level 19. Ich bin Level 17. Äh, ich seh, ich seh den Namen, Ka- Let's game. Ich seh den Namen, ja. Okay. Da ist Wasser, da ist Wasser, ich will da. Hello, it's me again. Hallo. Peace. Da hinten ist nichts mehr. Doch, da hinten ist der Lavasee. Wo ich war, war nicht, war nicht mehr. Oh, schau. Soll ich, soll ich Wasser holen? Ich hab, ich hab, ich mach jetzt. Ich, ich form einfach, ich hol mir einfach so ein bisschen Lava hier, damit, äh, ne, auch die Lava. Er kann so mal den Redstone fahren, einfach wegen den XP. Ja, wo, wo ist der? Hier bei mir unten. Komm einfach zu mir. Komm zu mir. Okay, okay. Und hier ist noch ein guter Level, um, äh, um welche noch Sachen zu finden, also Diamanten und so. Da drüben ist noch. Oder Oxidian zum Beispiel. Ja, das mach ich mir jetzt. Ah, das neckt. Ja, ich hab auch gerade so vor die Tippschritte gehört. Ähm, ich mach gleich das mit dem Aussiede. Ich mach hier noch ein bisschen, äh, Dinge, damit rumlaufen kannst. Fahr am besten hier und, wichtig ist, glaube ich, dass wir, einsamer, ach, was bist du, ich hab mich gerade gewundert. Boah, ich hab immer noch schnupfen, ey. Oh, ja, nein, ich hab, also, pass auf, ein Zombie. Oh, 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 oh das sieht so aus als würdest du es unter das Obsidian kriechen übrigens für die Zuschauer die das jetzt gerade schaut was zur Hölle leck der Server ein bisschen das Wasser bleibt hier stehen ah jetzt ok wurde geportet ok ne zumindest für die Zuschauer die es gerade sehen das ist eine Taktik die man aus ihren sich abbauen kann und dass man jeglichen Schaden nehmen zu langen durchlaufen das ist schon aufbauen wie viel brauchen wir für für das Ding der na wir brauchen vier glaube ich ich habe ein bisschen zu sehen ich will die Diamanten haben und ich kann ja schon muss man allerdings noch kurz vor jetzt ist gelingt ja also manchmal hat es sowieso aber Prozent stappt da kann niemand was dafür war das ist durch die Schuld von die Traubung da braucht er meine Taktik zu wieder und ja das ganze Zeug ist hier noch die F das ist eigentlich schon so ein Kronenbaum ist es das ist ach ist das spannend Obsidian zu farben ist fast so spannend wie Sand zu farben aber ich glaube das gehört einfach dazu aber auch nur fast wenn er jetzt um so anstrengen soll das leckt es geht jetzt wieder du kannst einfach sagen dass ich gar nicht gerade bei mir du kannst sagen dass es ein paar Lacks gibt und sowas und ob er weiß woran das liegt also weil ich habe zum Beispiel das Wasser update ist bei mir eigentlich fast gar nicht das ist ein bisschen sehr seltsam Alter aber ist auch gerade so geportet okay ich habe neun Obsidian das sollte erst mal reichen sie könnten auch in den Endger in den Nader gehen und dort absichtlich damit keine Tränke gemacht werden da auch ist sehr cool wegen dem Prozent der Bericht in der Anzeigen hätten können aber ist gut ist gut so da möchte ich runter verdammt und ich bin jetzt bei der Reichter wird 20 erst mal ja klar ne ich verzaubern ja aber halt immer Level 1 nur Level 1 ich würde zum Beispiel auch so Sachen wie den Bogen ähm unter Umständen mehr verzaubern oder? ja und ein Schwert auch also die Rüstung ist bei 1 ist relativ gut weil es besteht auch immer die Gefahr dass was schief läuft bla bla bam ja ich hab jetzt insgesamt habt ihr auch ein bisschen Stein gefahren? ja ich hab eigentlich wenig weil ich war jetzt mehr so drauf konzentriert ein bisschen Obsidian und so ja ist okay ja ich war schon ich hab ich hab ein Stack Eisen über ein Stack ja das ist gut Eisen passt das mittlerweile denke ich mal so grob wir müssen jetzt aber gucken wir haben jetzt schon circa die Hälfte an Zeit? also 444 mit dem Umraum ja krass mach mal nicht alle Lachen schon also wir haben schon mal ich weil ich alle Lava Seen weg weil es noch irgendwo Lava Seen ja zum Beispiel bei mir ich ja aber das ist wenn manchmal reicht es auch wenn du einfach zur Seite gräbt und dann kommt sowas Lava mäßiges raus ja ich brauche ja zeig mal wo ja einfach einfach durchlaufen ich brauche fünf Eimer wo? hier lang? ja einfach dadurch schon kommst du an pass auf das wenn nicht reinfällt weil das ist manchmal bisschen zu übersehen so zum Lied und Tränke mal ne geht ihr nicht ich werde ich nicht ich habe mich sehr weggefüllt das hätte ich nur noch da Loll ich hatte das in einem Lund ja klar das ist einfach der Ausdruck der Lolligkeit man schreibt heute in was das ist das ist das ist das ist das ist das los ich bin erwarte ich will ich will ein bisschen Panik machen den wir schreiben dass wir um bis jetzt nur Prozent Diamantschwerter haben oder sowas oder wir tun einfach so als ob wir nix hätten egal ich habe gerade so ein Ding ist aus Versehen platziert so ein egal es ist wichtig ich war ja noch ein bisschen Rästernoppen denn du willst du unbedingt richtig viele Experten ja 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 wir hätten uns überhaupt so 1x1 Tom hochporn sollen das ist zwar verboten aber nö ich also ich habe hier mehrere äh sie ist alter bin ich schon am Nispeln hier ich habe schon mehrere Schießpositionen jetzt hier aufgebaut also wenn wir auch noch ein paar Pfeile bekommen könnten wäre es nicht schlecht weil ja wie gesagt wir können uns ja eigentlich ziemlich gut verteidigen also hier gibt es echt alles von oben und was können wir auch noch einen oberen oder Alex Sabina was denn wie was ist denn los was ich genau wenn du über ein Schild geschrieben hast ja ich habe glaube ich Seid falsch geschrieben ja deswegen ja mal gucken wir ich muss wenn ich mir die Aufnahmen von der anderen angucken werde weil ich glaube ich will es lachen ich werde immer von einem Team sagen was alter woher kommen die ganzen Spinnen alter jetzt tötet mich nicht Spinnen ist doch gut für Seide aber das Problem ist dass ich so viele Mops habe dass die mich hier schon an meiner Existenz Limit treiben und an mein Leg Limit vor allem bei den Skeletten wo bist du denn ok der Sound beim Essen ist bei mir vollständig weg ich kann nichts essen ohne dass es hier oh ja cool jetzt hat der Sound nachgelegt gerade eben ja komischerweise auch bei mir was Hit the ground too hard lol ich bekomme auch das war nicht das war nicht fair glaube ich war das fair weiß ich nicht Alex also ich bin ich bin zwei Blöcke runtergesprungen ja war bei mir auch gerade so ich habe ich habe voll Damage bekommen wo ich einen Block runtergesprungen bin meinst du das kann sein wenn ich wirklich zurück ne 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 wo warst du denn ne und in der Höhle ich schaff das Hunde sch ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's also das ist jetzt nicht das Problem ähm ne ich ich schaff's also das ist jetzt nicht das Problem ich brauch dann ich will's nicht cheaten und so was das ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's